51.53.257,161 666666666760 Wanneeickel war eine kreisfreie Stadt im nördlichen Ruhrgebiet. Im Rahmen der Gebietsreform wurde Wanneeickel mit Wirkung vom 1. Januar 1975 mit der kreisfreien Stadtherne zusammengeschlossen. Seine Kreisfreiheit erhielt Wanneeickel 1926 als Stadtkreis. Seit 1955 war es eine Großstadt. Bis zu seinem Zusammenschluss mit Herne wies Wanneeickel die größte statistische Bevölkerungsdichte aller deutschen Städte auf. Auf einer Fläche von 21,31 Quadratkilometer betrug diese im Dezember 1965 etwa 5100 Einwohner je Kilometer Quadrat. Das Wappen der Stadt Wanneeickel wurde in leicht veränderter Form das Wappen der neuen Stadt Herne. Auch die Stadtfarben Gold-Schwarz-Gold wurden übernommen. Das Kfz-Kennzeichen war WRN. Es kann seit Dezember 2012 wieder zugeteilt werden. Die Entwicklung Wanneeickels war eng mit dem Bergbau verbunden, welcher das Wachstum entscheidend beeinflusste. Über das ehemalige Stadtgebiet waren 20 Schachtanlagen der Zechenkönigsgrube Hannibal, Pluto Thies, Pluto Wilhelm, Unser Fritz und Schemrock verteilt. Die Kohleförderung dauerte von 1856 bis 1993. Mehrere Industriedenkmäler erinnern an die Bergbau-Vergangenheit. Geschichte Der mittelalterlich bedeutendere Teil der späteren Doppelstadt war das südlich gelegene Eickel als Eickel im Frühmittelalter erstmals erwähnt. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde im Ort die erste Kirche genannt. Die größte Siedlung im Nordteil der späteren Stadt trug den Namen Bikern. Ein weiterer historischer Ortsteil ist Cranj, das 1484 zu einer Freiheit erhoben wurde und einen Pferdemarkt abhalten durfte. Aus diesem Markt entwickelte sich die auch überregional bekannte Krenscher Kirmes. Diese drei Orte wurden zum 1. August 1875 unter Einbeziehung der Orte Holsterhausen und Rölinghausen zum Amt Wanne im Kreis Bochum vereinigt. Zuvor gehörten die genannten Orte zum Amt Herne. Bei dem Namen Wanne für das neue Amt handelt es sich um einen alten Flurnamen in einer Geländesenke, welcher allerdings bereits für das 9. Jahrhundert als Villa Warnum Hanna als eine Unterbauernschaft von Bikern belegt ist. Der Name war eine Kompromisslösung anlässlich der Benennung des gemeinsamen Bahnhofs an der 1847 eröffneten Köln-Main-Däner Eisenbahn. Dieser Bahnhof entwickelte sich zum größten Rangierbahnhof des mittleren Ruhrgebiets, der übrigens als einziger im Ruhrgebiet alle vier Betriebsarten vereinte. Neben der erwähnten Funktion als Rangierbahnhof war er auch Heimatbahnhof für über 300 Lokomotiven und Triebfahrzeuge, Güterbahnhof und Passagierbahnhof. Heute noch besitzt er als Hauptbahnhof die verkehrlich wichtige Bedeutung als Kreuzung der Ost-West-Verbindung Dortmund-Oberhausen mit der Nord-Süd-Verbindung Münster-Essen. Mit der raschen Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchsen die Siedlungen beträchtlich. 1885 kam das Amt Wanne zum neuen Landkreis Gelsenkirchen und 1897 übernahm die Gemeinde Bekern den Namen Wanne von ihrem Amt. 1891 wurde das Amt Wanne geteilt. Es entstand das neue Amt Eickel mit den Gemeinden Eickel und Holsterhausen. Im Amt Wanne verblieben die Gemeinden Wanne, Cranj und Rölinghausen. 1905 wurde Cranj nach Wanne und 1910 Holsterhausen nach Eickel eingemeindet. Das Amt Eickel bestand so dann nur noch aus einer Gemeinde, während zum Amt Wanne nach wie vor die Gemeinde Rölinghausen gehörte. Am 1. April 1926 wurden die beiden Ämter Wanne und Eickel zur kreisfreien Stadt Wanne-Eickel vereinigt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Wanne-Eickel einerseits aufgrund seines großen Bahnhofs, der einen Knotenpunkt für die Versorgung der Westfront bildete, andererseits wegen der Herstellung von synthetischem Benzin in den Treibstoffwerken in Eickel durch alliierte Bombenangriffe stark zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl stark an, sodass Wanne-Eickel 1955 in den Kreis der Großstädte aufstieg. Wanne-Eickel bestand als selbstständige Stadt nicht einmal 50 Jahre. Um der drohenden Eingemeindung im Rahmen einer Gemeindegebietsreform zu entgehen, beschloss der Rat von Wanne-Eickel ein Zusammengehen mit der etwa gleich großen Nachbarstadt Herne. Diesem Wunsch folgte der Gesetzgeber und so entstand zum 1. Januar 1975 die neue Stadt Herne, in welcher vier neue Stadtbezirke gebildet wurden. Somit kam es zur Bildung der heutigen Stadtbezirke Wanne und Eickel. Im ehemaligen Stadtgebiet Wanne-Eickels wird die Bezeichnung Wanne-Eickel bis heute weiter gepflegt. Aber auch in der ganzen Region ist sie noch bekannt. Auch die Deutsche Bahn AG hat den Namen Wanne-Eickel-HBF beibehalten. Jedoch gibt es in jüngerer Zeit Bestrebungen der Deutschen Bahn im Hinblick auf eine Umbenennung. Die Idee wird in Herne kontrovers diskutiert. Wirtschaft und Infrastruktur. Neben dem lange Zeit wichtigsten Wirtschaftszweig der Stadt, dem Bergbau, kam der Brotherstellung eine bedeutende Rolle in der Wirtschaftsgeschichte Wanne-Eickels zu. Die Bäcker- und Konditoreninnung der beiden Ämter Wanne und Eickel hatte bereits im Jahre 1907 so viele Mitglieder, dass sie für diese eine eigene Krankenkasse bildete. Vor dem Zweiten Weltkrieg belegte Wanne-Eickel in Bezug zur Höhe der Einwohnerzahl deutschlandweit den vierten Rang in der Brotproduktion. Zu dieser Zeit wurde Wanne-Eickel tatsächlich mit dem Attribut Stadt des Brotes bezeichnet. Des Weiteren war ein bekannter Wirtschaftszweig in Wanne-Eickel die Bierproduktion durch das Eickelpilz der Brauerei Hülsmann. Diese schloss 1992. Im Gebäude der ehemaligen Brauerei befinden sich heute die Kneipe Hülsmann sowie im ehemaligen SUD und Treberhaus mehrere Verwaltungsstellen der Stadt Herne-Verkehr. In Stadt Wanne-Eickel gibt es folgende wichtige Verkehrsverbindungen. Der für Wanne-Eickel wichtige Güterverkehr wird auf Strecken der Deutschen Bahn, der Wanne-Herne-Eisenbahn und der RBH Logistics abgewickelt. Die letzten beiden schließen überwiegend die Industriebetriebe wie das Güterverkehrszentrum im Wanne-Westhafen, die Evonik-Industrie sowie die Kohlenmischanlage der DSK an Wanne-Eickel-HBF an. Zu den Strecken im Gebiet von Wanne-Eickel siehe Wanne-Eickel-HBF. Im Stadtgebiet gab es ehemals vier Haltepunkte bzw. Bahnhöfe von welchen nur noch Wanne-Eickel-HBF als Personenzugbahnhof erhalten geblieben ist. Der Haltepunkt Rölinghausen an der Seilstrecke zwischen Bochum-Riemke und Wanne-Eickel nahm 1893 den Betrieb auf. Das Bahnhofsgebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und nicht wieder aufgebaut. 1950 wurde der Haltepunkt in Wanne-Rölinghausen umbenannt. Der Personenzugverkehr wurde 1960 etwa mit Schließung der Zeche-Königsgrube eingestellt. Der Haltepunkt Horde-Eickel zwischen Bochum-Riemke und Wanne-Eickel nahm 1886 den Betrieb auf. Das erste Bahnhofsgebäude hatte ehemals in Oberhausen gestanden und wurde nach Eickel transloziert. Wegen Bergsenkungen wurde die Bahnstrecke gehoben. Das alte Bahnhofsgebäude wurde durch ein modernes Gebäude ersetzt. 1950 wurde der Haltepunkt in Wanne-Eickel-Süd umbenannt. Der Personenzugverkehr wurde 1960 eingestellt. Der Haltepunkt Unser-Fritz zwischen Wanne-Eickel und Gelsenkirchen-Bismarck nahm 1891 den Betrieb auf. Die Station wurde 1914 in Wanne-Unser-Fritz umbenannt. Der Personenzughalt wurde 1983 aufgegeben. Straßenbahnhäute besteht nur noch eine Straßenbahnlinie, die Linie 306 der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG, die die Hauptbahnhöfe von Wanne-Eickel und Bochum verbindet. Bis in die 1950er Jahre verkehrte die Linie 4 der BOG ESTRA vom Hauptbahnhof über Gelsenkirchen nach Essen-Steele und die Linie 1 der Westischen vom Hauptbahnhof nach Härten. Bereits im 17. Jahrhundert gab es Fuhrleute im Amt Bochum, die den Kohlentransport von den Abbaugebieten der Grafschaft Markt zur Lippe bzw. bis zum Rhein übernahmen. Da die Pläne, die Imscher Schiff bar zu machen, scheiterten, wurde 1763 der Gallener Kohlenweg angelegt. Von Bochum haben über Eickel, Holsterhausen, Crensch und unser Fritz weiter nach Gelsenkirchen-Bismarck durchquerte diese Handelsstraße das Gebiet von Wanne-Eickel auf einer Länge von etwa 8 km. Entlang der Strecke wurden einige zum Teil noch heute vorhandene Bauwerke errichtet. Auf der Grenze nach Bochum befindet sich die ehemalige Gaststätte Lönsmühle, auf deren Wiesen es eine Pferderennbahn gegeben hat. Auf der Mitte des Handelswegs befindet sich der ehemalige Schlenkhoff-Schekotten. Die Gaststätte zum Alten Fritz An der Grenze nach Gelsenkirchen gibt es die Fleutebrücke. Die 1937 errichtete Reisstraße 226 und heutige B226 ist in ihrem Verlauf mit dem Kohlenweg in Wanne-Eickel nahezu identisch. Die heutige Hauptstraße, der Communicationsweg im Gemeindeatlas Eickel von 1923 ist auch schon auf der Karte von 1842 erkennbar. Ein Wanne-Teil davon wurde als Renne bezeichnet. Die A42 wurde im Gebiet von Wanne-Eickel zwischen den Anschlussstellen Herne-Baukau und Gelsenkirchen Bismarck von 1968 bis 1971 fertiggestellt. Anfangs noch als Landesstraße freigegeben wurde sie im Zuge der Baumaßnahme zur Autobahn hochgestuft. Die 1934 eingeführte Reisstraße 51 und spätere B51 wurde im Raum Wanne-Eickel 1967 zur A43 zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Hochlamark und Bochum-Riemke ausgebaut. Von der Stadtgrenze Bochum bis etwa zur Unterquerung der Krainscher Straße bildet sie die Grenze zu Herne. In ihrem Verlauf befinden sich auf Wanne-Eickeler Gebiet die Anschlussstelle Herne-Eickel sowie das Autobahnkreuz Herne. Die Anschlussstelle Herten der A2 und Anschlussstelle Bochum-Ham der A40 verweisen auf ihren Abfahrtsschildern zur Aufortsteile von Wanne-Eickel. Die Anschlussstellen sind jedoch ca. 2 km von der Stadtgrenze entfernt. Die Autobahnen durchqueren das Gebiet von Wanne-Eickel nicht, die im Schaflos in Wanne-Eickel meanderförmig durch eine ehemalige Auenlandschaft. Mit dem Bergbau und den einhergehenden Bergsenkungen und Verschmutzung des Flusses wurde dieser ab dem späten 19. Jahrhundert begradigt in eine Betonrinne gefasst und im gesamten Gebiet von Wanne-Eickel um bis zu 600 m nach Norden verlegt. Von 1906 bis 1914 wurde durch die königliche Kanalbaudirektion der Rhein-Herne-Kanal auf dem ehemaligen Flussbett der Emscher errichtet. In dem Zusammenhang wurde die Schleuse Wanne-Eickel mit einer Fallhöhe von 8,40 m gebaut. Kanal und Schleuse wurden im Laufe der Jahre teilweise ausgebaut, um den größer werdenden Schiffen gerecht zu werden. Der Westhafen, wo zu Zeiten des Bergbaus noch große Mengen von Massengütern wie Kohle und Sand verladen wurden, wurde später verfüllt. Die Massengüter werden heute an der Kaimauer des Kanals verladen. Auf dem verfüllten Hafenbecken ist ein modernes Güterverkehrszentrum entstanden. Der Osthafen wird für die Verladung von Schrott genutzt. Beide Häfen sowie das Güterverkehrszentrum werden von der Wanne-Herne-Eisenbahn und Hafen betrieben. Einwohnerentwicklung 1926 schlossen sich die Gemeinden Wanne-Eickel und Rölinghausen zur Stadt Wanne-Eickel mit rund 90.000 Einwohnern zusammen. 1955 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. 1965 erreichte die Bevölkerungszahl von Wanne-Eickel mit rund 110.000 ihren historischen Höchststand. Bis 2001 sank sie auf 80.218 Einwohner. Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1833 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen statistischen Ämter bzw. der Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die ortsanwesende Bevölkerung und ab 1925 auf die Wohnbevölkerung. Vor 1843 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt. Politik An der Spitze der später zur Stadt Wanne-Eickel gehörigen Gemeinden standen Anfang des 19. Jahrhunderts die Gemeindevorsteher und Gemeindevertreter. Nach Bildung der Ämter Wanne und Eickel leiteten Amtmänner die Verwaltung. Erst mit Bildung der Stadt Wanne-Eickel 1926 wurde eine Stadtvertretung gewählt. Stadtoberhaupt war danach der Oberbürgermeister, der während der Zeit der Nationalsozialisten von der NSDAP eingesetzt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Militärregierung der britischen Besatzungszone einen neuen Oberbürgermeister ein und 1946 führte sie die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild ein. Danach gab es einen vom Volk gewählten Rat der Stadt, dessen Mitglieder man als Stadtverordnete bezeichnet. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte den Oberbürgermeister als Vorsitzenden und Repräsentanten der Stadt, welcher ehrenamtlich tätig war. Des Weiteren wählte der Rat ab 1946 ebenfalls einen hauptamtlichen Oberstadtdirektor als Leiter der Stadtverwaltung. Dieses System bestand bis zur Vereinigung mit der Stadtherne im Jahr 1975. Siehe auch Oberbürgermeister 1926 zu minus 9999 Friedrich Weiberg 1926 zu 1933 Wilhelm Kiewit 1933 zu 1934 Wilhelm Wulff 1934 zu 1945 Heinrich Günnewig 1945 1945 zu 1945 Wilhelm Jakubi 1945 zu 1946 Wilhelm Heimüller 1946 zu 1948 Heinrich Weidmann 1948 zu 1969 Edmund und Weber 1969 zu 1974 Manfred Orbansky Oberstadtdirektorin 1946 zu 1947 Wilhelm Jakubi 1947 zu 1959 Wilhelm Elbers 1960 zu 1974 Alfred Hufeld Sehenswürdigkeiten Christuskirchen Katt, Pfarrkirche Sankt, Laurentius, e.V., Lutherkirche, E.V., Freiggemeinde Friedenskirche, Malakow-Cham der Zeche Unser Fritz, Mondpalast, der frühere Saalbau, Mozartstraße, die ehemalige Kaiserpassage, Hauptpost, Rathaus bis 1926 Amtshaus des Amtes Wanne, Siedlung Hannover, Zoll und Thermal Bad Wilhelmsquelle, Sparkasse mit angrenzender Wohnbebauung Roter Block, Stadtgarten mit Kaiserbrunn, Waldfriedhof Herne, Wanne-Eickel Hauptbahnhof, Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Sternchen 1845-19, Februar Friedrich Brockhoff, Pädagoge und Musiker, Sternchen 1858-19, März Wilhelm Middeldorf, Ingenieur des Wasserbaus, Wegbereiter der Emscher Regulierung, Sternchen 1865-26, Juni, Paul Hein, Kaufmann, Bergwerks Generaldirektor, Sternchen 1881, Oktober Wilhelm Meissner, Ophthalmologe und Hochschullehrer, Sternchen 1887-23, November Heinrich Pette, Arzt und Neurologe, Sternchen 1896, Mai Herbert F. W. Tengelmann, Jurist, Kaufmann und Industrieller, Sternchen 1898, September August Stötzel, Bergmann, Kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Häftling im KZ Buchenwald und Parteifunktionär, Sternchen 1898-14, Oktober, Friedrich Weltskoop, Jurist und Politiker, Stadtverordneter in Kastrop-Rauxel, Sternchen 1901-29, Januar Karl Friedrich Dörnemann, Politiker, M. D. Elle, Sternchen 1901-18, Juli Joachim Beckmann, Evangelischer Theologe und Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Sternchen 1901-18, Juli Stanislaw Mikulajczyk, Polnischer Exilpremierminister, Sternchen 1932-30, Mai Heinrich Diment, Politiker, Sternchen 1902-27, September Arthur Jobb, Schauspieler, Sternchen 1902-15, November Otto Neulow, Soziologe und Arbeitswissenschaftler, Sternchen 1903-13, März Willi Heidkamp, Landtagsabgeordneter, Geb, in Wanne-Rölinghausen, Sternchen 1904-11, Juli Ernst Schütte, Politiker, M. D. Elle, Sternchen 1904, Oktober Erich Pischel, Mediziner und Begründer der Medizinhistorischen Sammlung der Ruhr-Universität Bochum, Sternchen 1908-28, Mai Karl Jansen, Gewichtheber, Geb, in Eickel oder Wanne, Sternchen 1909-11, März Otto Weipart, Politiker, Sternchen 1911-25, August Wilhelm Iwanski, Schriftsteller, Sternchen 1912-14, Februar Alfred Möhlenbruch, Mediziner, Geb, in Wanne-Eickel, Sternchen 1912, März Werner Schäfer, Virologe, Sternchen 1913-12, August Edmund Schruiz, Künstler, Sternchen 1915-27, Januar Ernst Schröder, Schauspieler und Regisseur, Sternchen 1916, Januar Paul Marziniak, Politiker, Sternchen 1916-14, August Rudolf Witzig, Luftlande, Pionier, Offizier der Wehrmacht, Sternchen 1917-16, Mai Ulrich Matschows, Schauspieler, Sternchen 1918-15, Juli Theodor Hockertz, Professor für Kinderheilkunde, Sternchen 1919-19, Mai Hermann Eppenhoff, Fußballspieler und Trainer, Sternchen 1921-29, September Georg Erich, Politiker, MDL, Sternchen 1922-10, April Hans-Eugen Schulze, Richter am Bundesgerichtshof, Geb, in Eickel, Sternchen 1922-29, Oktober Rudolf Vierhaus, Professor Direktor des Max-Planck-Institutes für Geschichte in Göttingen, Sternchen 1926-25, Juni Günther Grant, Fußballspieler in der Oberliga West für Westfalia Herne, Sternchen 1926-26, Juni Heinrich Misserler, Professor an der Universität Essen, Sternchen 1926, Juli Günther Koppmacher, Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht, Sternchen 1927-14, Juni Erich Kuss, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Sternchen 1928-25, November Günther Twotschack, Maler und Grafiker, Sternchen 1929-16, Januar Werner Kowalski, Professor an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Sternchen 1931-27, Juli Walter Kiewit, Oberkreisdirektor des Rhein-Sieg-Kreises, Sternchen 1931-25, November Werner Brenne, Politiker MDL, Sternchen 1932, Januar Heinz Kördel, Fußballspieler, Sternchen 1933-20, Dezember Helmut Hewig, Stadtverordneter der Stadt Wanne-Eickel MDL, Sternchen 1935-10, September Kuno Gonschior, Künstler, Sternchen 1935, Dezember Klaus Beckmann, Musikwissenschaftler, Kirchenmusiker und Hochschullehrer, Sternchen 1935, Dezember Karl Borotha, Fußballer, Sternchen 1937-17, August Udo M. L. E. Scheck, Ingenieur und Leiter des Fernmeldetechnischen Zentralamtes, Sternchen 1938-18, Januar Wolfgang Becker, Oberbürgermeister von Herne, Sternchen 1943-19, Mai Heinz Lothar Grupp, Professor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Entwickler des Vofi, Sternchen 1943-28, August Gerd Pieper, deutscher Unternehmer, Sternchen 1945, Februar Heinz Stuhl, ehemaliger niederländischer Nationalspieler und Ex-Torhüter von Ajax Amsterdam, Sternchen 1947-18, Dezember Frank Sichau, Landespolitiker in Nordrhein-Westfalen, Sternchen 1947-28, September Gerd Bollmann, Politiker MDB, Sternchen 1948, August Klaus Aktoris, Mediziner und Pharmakologe, Sternchen 1949-17, Januar Klaus Matecki, Gewerkschafter und Mitglied des geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes, Sternchen 1949, März Friedrich Gerhard Klimek, Kriminalromanautor und Rechtsanwalt, Sternchen 1957-27, März Klaus Leggewie, Politikwissenschaftler, Leiter des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, Sternchen 1951-28, Juli Peter G. Ersan, Künstler unter anderem der Künstler Zeche Unser-Fritz, Sternchen 1952 Bernd Wilmes, Priester und Rektor der Theologischen Fakultät Fulda, Sternchen 1953-28, Juli Jürgen Bode, deutscher Linksextremist, Sternchen 1953-14, Oktober Wili Tumčik, Schauspieler, Künstler, Sternchen 1954-26, Januar Wolfgang Berke, Journalist und Buchautor, Sternchen 1954, November Josef Niebecker, Heeresoffizier und Verteidigungseteci, Sternchen 1955, Oktober Thomas Podela, Theologe und Altorientalist, Sternchen 1955, Karl-Heinz Blomann, Musiker, Komponist und Produzent, Sternchen 1955, Merz Ingo Marmuller, Gitarrist, Sternchen 1955-29, Oktober Jürgen Grislavski, Maler und Bildhauer, Sternchen 1955, Dezember Achim Kremmer, Jazz-Schlagzeuger, Sternchen 1956-17, Juni Horst Grabosch, Musiker im Bereich des Jazz und der Neuen Musik, Sternchen 1957, Gabriele Klein, Soziologin, Kultur- und Tanzwissenschaftlerin, Sternchen 1957, Februar, Berthold Demshäuser, Deutscher Maler, Eologe und Literarischer Übersetzer, Sternchen 1957-25, Juni, Ingrid Fischbach, Politikerin, MdB, Sternchen 1958-22, Juli, Peter Nordmayr, Schauspieler, Sternchen 1958-26, September Rudi Czerne, Eiskunstläufer, Fernsehmoderator, Sternchen 1958-14, November Eckhardt Koltermann, Komponist, Sternchen 1959, Herdmut Kaspar, Schriftsteller, Sternchen 1960-10, Januar, Claudia Losch, Leichtathletin, Sternchen 1964-24, März, Ralf Regenbogen, Fußballspieler, Sternchen 1961, Oliver Siebeck, Schauspieler und Synchronsprecher, Sternchen 1962, Karin Polenz, Künstlerin, Sternchen 1962, der Tele-Comedy-Duo, Sternchen 1963, Jörg Uwe Sauer, Schriftsteller und Journalist, Sternchen 1963-13, Juli, Michael Rüther, Staatssekretär in Niedersachsen, Sternchen 1966-16, Dezember, Carsten Spohr, Ingenieur und Mitglied des Vorstandes der Deutsche Lufthansa AG, Sternchen 1967-15, Mai Andrea Jürgens Schlager Sängerin, Sternchen 1967-16, November, Nikolas Baudö Schauspieler, Sternchen 1968-27, Juni, Thorsten Kinhöfer, Fußballschiedsrichter, Persönlichkeiten die vor Ort gewirkt haben, Friedrich Winter, deutscher Amtmann, Ernst Tengelmann, deutscher Unternehmer, Friedrich Weiberg, Beigeordneter und Bürgermeister, Karl Rüsewald von 1909 bis 1940, Oberlehrer am Mädchengymnasium Wanne, 1932 und 1934, Leiter, Wilhelm Braun, Bildhauer und Gewerbelehrer, Wilhelm Jakobi, Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor, Wilhelmine Städtmann, Stadtverordnete und Schulleiterin, Wilhelm Kiewit, Oberbürgermeister, Gustav Sobotka, Mitglied des Preußischen Landtag, Heinrich Günnewig, Oberbürgermeister, Franz Ruska, Politiker, MDL und Stadtverordneter von Wanne Eickel, Fred Endrikat, Schriftsteller und Kabarettist, Wilhelm Wulff, stellvertretender Oberbürgermeister, Hans Mühle, geistlicher an der Johanneskirche, Willi Henkelmann, Europameister im Motorradrenn, Erich Mayer, Politiker, Ludwig Steyl, evangelischer Pfarrer in Holsterhausen, Widerstandskämpfer und Märtyrer, Heinz Rühmann, Schauspieler, Anton Graf, Unternehmer und Gründer einer der größten Reisebusunternehmen Deutschlands, Walter Neusel, deutscher Schwergewichtsboxer, der blonde Tiger von der Dorneburg, Friedrich Wilhelm Schwing, Unternehmer und Gründer der Schwing GmbH, dem weltweit größten Betonpumpenhersteller, Wilhelm Elbers, Oberstadtdirektor von 1947 bis 1959, Fritz Pannhaus, Politiker, MDL und Bürgermeister von Wanne Eickel, Heinz Westphal, Politiker, MDB des Wahlkreises Wanne Eickel, Wattenscheid, Elvin Schlebrowski, Bergmann, Fußballspieler in Wanne Eickel beim BVB 09 und Nationalspieler, Bruno Unkhoff, Bildhauer.